Oh, ein kleines Kind ist fast auf der Straße gelaufen. Ops. Ein kleines Kind soll nicht auf der Straße laufen. Gut, dass die Eltern dabei waren. Okay, wer lässt bitte auch so ein kleines Kind alleine rumlaufen. Das wäre auch ein bisschen grob fahrlässig. Ja, war ja klar, dass die Ampel jetzt auf Rot springt hier. Und heyo Leute, damit willkommen zu einem weiteren Motovlog. Luisa. Hi. Ist da? Hi. Was machen wir jetzt noch? Was machen wir jetzt noch? Also ich starte gerade einen Motovlog und du? Sag mal hallo. Hallo. Hallo Kamera. Hallo Kamera. Ihr seid keine Kamera. Ihr seid Abonnenten. Wir fahren ein bisschen durch Bielefeld. Das wollte ich gerade eigentlich antisen. Ein bisschen random. Luisa fährt nicht so gern durch die Stadt. Ja, ja. Aber es ist witzig. Bei dem Scheißwetter, ey. Also Leute, liebe Leute. Ich fahre hier durch die Stadt. Ich bekomme ein paar Regentropfen in die Fresse. Das ist mir egal. Zack, zack. Piu, piu. Ich weiß gar nicht, ob man es gesehen hat. Oh, Pferde. Hallo. Hat er zurückgewogen. Geil. Korrekter Typ. Ja, das Wetter ist echt heute so beschissen. Oh man, oh man, oh man, oh man. Oh, hallo Bullerei. Oh, hier. Die fahren zu ihrem Arbeitsplatz. Hier ist nämlich die Polizei. Aha. Oh nein, Luisa fährt. Da fahre ich recht ran. Luisa hat die Ampel nicht erwischt. Die war ein Stückchen hinter mir. Wie ihr sehen könnt. Wenn ich den Spiegel still halte, dann seht ihr das auch. Da ist Luisa. Ah, sie winkt. Komm. Oh man. Jetzt warten wir auf sie. Na, Porsche-Fahrer? Ich glaube, der war am Handy. Der hat runtergeguckt. So, jetzt müsste es grün werden. Na, kommt sie doch. Oh, ein kleines Kind ist fast auf der Straße gelaufen. Ups. Ein kleines Kind soll nicht auf der Straße laufen. Gut, dass die Eltern dabei waren. Okay, wer lässt bitte auch so ein kleines Kind alleine rumlaufen? Das wäre auch ein bisschen grob fahrlässig. Hello, my friend. Nein, sie hat geblockt. Sie hat geblockt. Nein, hör auf. Wie völlig gekillt wird es werden. Oh man. Mann, wie viel ich bin da. Wow. Ich habe gerade fast abgewirkt. Wow. 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 Keine Händisch. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Geiler Spoiler Boy. Tunnel sind immer so schön, ne? Das glaubt man kaum. So, schön links abbiegen. Weeeey. Hello, my friend. Zack, zack, zack. Händchen halten an der Ampel. Die Leute denken, wir sind behindert. Alter, jetzt ist richtig was los an diesem wunderbaren Samstag. Samstag, jetzt denken sich die Leute, hä, Samstag, das Video ist aber dann und dann hochgekommen. Ist mir egal. Ey, das steht im Fahrrad. Ich tanze auf meinem Motorrad und alle gucken mich an. Oh, warte mal, wir sind hier lang. Ich war so perplex und so verwirrt von diesen Trommlern. Was war das? Da waren die Trommler, die haben so. Das hat richtig reingeknallt. War schon nice, oder? Ja. Ja. Man hört sich halt immer noch. Auf der Kamera wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Das sieht wieder auf der Straße. Das Auto. Ja. Hui. Ich wollte noch ein bisschen Lärm machen. Alle drehen sich um. Geil, 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 geil. Lautes Motorrad macht Spaß. Alter, Daumen. What the fuck. Ich dachte, ich fiel gegen mich. Hallo. Er winkt mir, ich wink ihm. Ich glaube, der hat eher den Typen auf einer anderen Straßenseite gewunken, aber ist mir egal. Man darf ja wohl noch winken dürfen. Oh, ah, Luisa kommt noch rüber. Und er war gerade auf orange gesprungen. Noch mal Glück gehabt. Oh, oh. Kommen sie noch rüber? Jawohl. Also die Ampelschwinge alle sind alle auf orange rum. Es ist immer richtig close, dass Luisa gerade so noch rüberkommt. Es geht. Okay, die haben nicht geguckt. Oh, diese knallt, 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 knalle. Das ist die Mehrzahl von Knall. Knallungen? Knall? Keine Ahnung. Ich überblicke nicht durch. Hallo Motorradfahrer. Hallo. Die gucken alle immer so bescheuert, wenn ich den winke. Ne, aber mal ernsthaft. Was ist die Mehrzahl von Knall? Knallt? Knallungen? Keine Ahnung. Ich freu Luisa mal gleich an der nächsten Ampel. Luisa? Alles gut. Was ist die Mehrzahl von Knall? Ich quatsch, ich quatsch gerade wie so ein Idiot. Ich sag so, boah, die Knalls hören sich gut an, aber das hört sich voll falsch an. Weißt das, Knallt? Knallungen, Knallt. Och, Mann, schon wieder raus. Ernsthaft? Eine Sekunde, ist die grün oder was? Ne, aber was heißt? Aber Knall, Knallt, Knallungen, Knallt, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Falls das irgendjemand weiß. Falls das irgendjemand weiß, ne? Wisst ihr, unten in die Beschreibung, unten in die Kommentare. Deutsche Note 1, ne? Deutsche Note 1 ist da, wo es geht. Oh, Mann, ey. Simson. Der hat zurückgewunken. Der ist ein cooler Typ. Simson? Ne, das war keine Simson, glaube ich. Aber irgendwann war mit Esther auf dem Tank drauf. Keine Ahnung. Boah, der weiß, kenne mich nie aus. Also, Leute. Knallt, Knallungen, keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, was die richtige Art ist. Weil ich bin zu faul, den Duden aufzuschlagen. Vielleicht bin ich auch zu dumm. Ich würde sagen, ich beende hier den Motorvlog damit. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das getan habt, dann sehen wir uns beim nächsten Motorvlog. Tschüssi. 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 Jenni.